Hi Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Ihr seht schon hier im Hintergrund Diablo 3 fängt heute Abend die neue Season an und dort werde ich ja einen kleinen Livestream machen mit ein paar Kollegen zusammen. Also wer Lust hat, einschalten auf twitch.de, stormtrooper.de, unterstrich mein Name da. Ich schreibe es auch nochmal in die Kommentare unten oder in die Videobeschreibung. Und was ich sonst noch sagen lässt, demnächst kommt ein neues Lords Knights Video zum Thema Devbrücke, wieder ein Tutorial Video. Bis dann, ciao.